Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema des Nationalsozialismus an. Viel Spaß beim Video. Der Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime in Deutschland war eine mutige und gefährliche Unternehmung, die von verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen getragen wurde. Diese Widerstandsbewegungen waren Ausdruck von moralischer Empörung, politischer Überzeugung und dem tiefen Wunsch, die nationalsozialistische Diktatur zu stürzen. Trotz der unterschiedlichen Motive und Methoden war der Widerstand gegen das Regime vereint in seiner Ablehnung, der totalitären Ideologie und der brutalen Repression, die das nationalsozialistische Deutschland charakterisierte. Eine der bekanntesten und symbolträchtigsten Gruppen des zivilen Widerstands war die Weiße Rose eine studentische Bewegung, die in München ihren Ursprung hatte. Unter der Führung von Hans und Sophie Scholl sowie anderen mutigen Studenten und Professoren verbreitete die Weiße Rose zwischen 1942 und 1943 Flugblätter, die zum passiven Widerstand gegen das Regime aufriefen. Die Mitglieder der Weißen Rose prangerten die Verbrechen des Nationalsozialismus an, insbesondere die systematische Vernichtung der Juden und appellierten an das Gewissen der deutschen Bevölkerung, sich gegen das Unrecht zu erheben. Ihre Flugblätter wurden heimlich gedruckt und in ganz Deutschland verteilt, was unter den Bedingungen der allgegenwärtigen Überwachung und des Terrors ein Akt äußerster Tapferkeit war. Die Weiße Rose wurde schließlich verraten, ihre führenden Mitglieder verhaftet, vor dem Volksgerichtshof angeklagt und hingerichtet. Ihr Vermächtnis lebt jedoch weiter als ein leuchtendes Beispiel für moralischen Widerstand und Zivilcourage. Ein weiteres bedeutendes Beispiel für den Widerstand gegen das NS-Regime war das Attentat vom 20. Juli 1944, bei dem eine Gruppe von Militärs und Zivilisten um Klaus Schenk Graf von Stauffenberg versuchte, Adolf Hitler zu töten und das Regime zu stürzen. Diese Gruppe, die aus hochrangigen Offizieren und Mitgliedern der zivilen Elite bestand, erkannte die katastrophalen Folgen von Hitlers Kriegspolitik und sah in seinem Tod die einzige Möglichkeit, Deutschland vor der totalen Zerstörung zu retten. Das Attentat scheiterte jedoch, da die Bombe, die von Stauffenberg in Hitlers Hauptquartier platziert wurde, den Diktator nicht tötete. In der Folge wurden die Verschwörer schnell identifiziert, verhaftet und hingerichtet. Das Scheitern des Attentats verdeutlichte die Macht und die Brutalität des nationalsozialistischen Sicherheitsapparats, der jeglichen Versuch, das Regime zu destabilisieren, rücksichtslos zerschlug. Neben diesen prominenten Beispielen gab es zahlreiche weniger bekannte, aber nicht minder wichtige Formen des Widerstands. Viele Menschen leisteten passiven Widerstand, indem sie sich weigerten, den Hitlergruß zu zeigen, nationalsozialistische Organisationen zu unterstützen oder an Propagandaveranstaltungen teilzunehmen. Andere nutzten ihre beruflichen Positionen, um das Regime zu sabotieren, etwa indem sie Produktionsabläufe in Rüstungsfabriken störten oder wichtige Informationen an alliierte Mächte weitergaben. Solche Formen des stillen Widerstands waren zwar oft schwer nachzuweisen, trugen aber dennoch dazu BI, das Regime zu schwächen und die Unterstützung in der Bevölkerung zu untergraben. Auch der kirchliche Widerstand spielte eine wichtige Rolle im Kampf gegen das nationalsozialistische Regime. Besonders hervorzuheben ist hier die bekennende Kirche, eine Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche, die sich gegen die Gleichschaltung und die Unterwerfung der Kirchen unter die nationalsozialistische Ideologie stellte. Führende Persönlichkeiten wie Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer sprachen sich offen gegen das Regime aus und kritisierten die Verfolgung der Juden sowie die Unterdrückung politischer und religiöser Freiheiten. Bonhoeffer, der sich auch aktiv an Widerstandsaktionen beteiligte und an den Plänen zur Ermordung Hitlers mitwirkte, wurde verhaftet und kurz vor Kriegsende im KZ Flossenbürg hingerichtet. Sein Leben und Werk sind bis heute ein Symbol für den christlichen Widerstand gegen das Unrecht und die Pflicht, gegen jede Form von Tyrannei einzutreten. Der Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime war jedoch nicht nur auf organisierte Gruppen beschränkt. Viele Einzelpersonen leisteten in ihrem Alltag Widerstand, indem sie verfolgten Juden halfen, verbotene Informationen verbreiteten oder durch kleine Akte der Sabotage ihren Unmut gegen das Regime zum Ausdruck brachten. Diese individuellen Widerstandsakte waren oft nicht spektakulär und blieben im Verborgenen, doch sie zeugten von einem tiefen moralischen und politischen Engagement und von dem Willen, das Unrecht nicht schweigend hinzunehmen. Die unterschiedlichen Formen des Widerstands gegen das NS-Regime verdeutlichen, dass es in Deutschland während der nationalsozialistischen Herrschaft Menschen gab, die sich dem Terror und der Unterdrückung widersetzten. Trotz der enormen Risiken und der oft tödlichen Konsequenzen fanden diese Menschen den Mut, sich gegen die Diktatur zu stellen und für Gerechtigkeit und Menschenwürde einzutreten. Ihr Widerstand war zwar zahlenmäßig klein und konnte das Regime nicht zu Fall bringen, doch er zeigte, dass es auch in den dunkelsten Zeiten möglich ist, für das Richtige einzutreten. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn Du Dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir Dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst Du Dein Wissen vertiefen und Dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst Du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Der 20. Juli 1944 markiert einen der bedeutendsten und mutigsten Versuche, das nationalsozialistische Regime von innen heraus zu stürzen. An diesem Tag versuchte eine Gruppe von hochrangigen Offizieren der Wehrmacht, angeführt von Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, Adolf Hitler durch ein Attentat zu töten und damit das Ende des NS-Regimes einzuleiten. Das Attentat selbst war der Höhepunkt einer lange vorbereiteten Verschwörung, die unter dem Decknamen Operation Walküre bekannt wurde. Die Verschwörer planten, nach dem Tod Hitlers die Macht zu übernehmen, die Kontrolle über die Regierung zu erlangen und Friedensverhandlungen mit den Alliierten zu führen, um die totale Zerstörung Deutschlands zu verhindern. Die Hintergründe der Verschwörung reichen tief in die Reihen des Deutschen Offizierskorps, das zunehmend desillusioniert über die katastrophalen Folgen von Hitlers Kriegspolitik war. Viele Offiziere, die einst glühende Anhänger des Nationalsozialismus gewesen waren, hatten erkannt, dass der Krieg unter Hitlers Führung nicht zu gewinnen war und dass die Fortsetzung des Konflikts Deutschland in den Abgrund führen würde. Hinzu kam die moralische Empörung über die Verbrechen des Regimes, insbesondere den Holocaust, die einige Offiziere dazu brachte, sich gegen Hitler zu wenden. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, der im Zentrum der Verschwörung stand, war ein gläubiger Katholik und Patriot, der überzeugt war, dass es seine Pflicht sei, Deutschland von der Herrschaft Hitlers zu befreien, selbst wenn dies sein eigenes Leben kosten würde. Am 20. Juli platzierte Stauffenberg während einer Lagebesprechung im Führerhauptquartier Wolfsschanze eine Bombe in Hitlers Nähe. Nachdem er das Hauptquartier verlassen hatte, detonierte die Bombe planmäßig, doch Hitler überlebte das Attentat mit nur leichten Verletzungen. Das Misslingen des Attentats führte zu einem schnellen Zusammenbruch der Verschwörung. Die geplante Operation Walküre, die die Mobilisierung der Reservearmee und die Verhaftung führender NS-Funktionäre vorsah, konnte nicht mehr erfolgreich umgesetzt werden, da viele der Komplizen zögerten oder sich nach Hitlers Überleben von dem Plan abwandten. Innerhalb weniger Stunden wurden Stauffenberg und seine engsten Mitverschwörer verhaftet und noch in der Nacht im Berliner Bändlerblock, dem Hauptquartier der Verschwörer, hingerichtet. Das Scheitern des Attentats und die anschließende Verfolgung der Verschwörer durch das NS-Regime war brutal und umfassend. Hitler und seine Anhänger nutzten das Ereignis, um ihre Herrschaft weiter zu festigen und die Macht des Regimes zu demonstrieren. In den Wochen und Monaten nach dem Attentat wurden über 2000 Menschen verhaftet, von denen viele nach Scheinprozessen vor dem Volksgerichtshof zum Tode verurteilt wurden. Die Prozesse unter der Leitung von Roland Freisler, einem fanatischen Anhänger Hitlers, waren Schauprozesse, die weniger der rechtlichen Aufarbeitung dienten als vielmehr der öffentlichen Demütigung und Abschreckung. Viele der Angeklagten wurden in diesen Prozessen nicht nur hingerichtet, sondern auch entehrt, indem sie vor ihrer Hinrichtung in unwürdiger Weise behandelt wurden. Trotz des Scheiterns und der grausamen Repressionen, die darauf folgten, bleibt der 20. Juli ein Symbol des deutschen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Die Verschwörer, insbesondere Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, werden heute als Helden und Patrioten angesehen, die bereit waren, ihr Leben zu riskieren, um das Land vor der totalen Zerstörung zu bewahren. Ihre Handlungen zeigen, dass es auch innerhalb der Strukturen des nationalsozialistischen Staates Menschen gab, die sich dem Terrorregime widersetzten und die bereit waren, für ihre Überzeugungen zu sterben. In der Nachkriegszeit wurde das Andenken an den 20. Juli lange Zeit kontrovers diskutiert. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren wurde der Widerstand von vielen Deutschen eher kritisch betrachtet, da die Verschwörer aus den Reihen der Wehrmacht kamen und somit Teil des Systems gewesen waren, das den Nationalsozialismus möglich gemacht hatte. Erst mit der Zeit und vor allem durch die intensive historische Aufarbeitung der Ereignisse wandelte sich die öffentliche Wahrnehmung. Heute wird der 20. Juli als ein zentraler Moment des Widerstands gegen das NS-Regime angesehen und die Opfer werden in Gedenkstätten und durch öffentliche Zeremonien geehrt. Die Ereignisse um den 20. Juli lehren uns, dass Widerstand auch unter den schwierigsten und gefährlichsten Bedingungen möglich ist und dass es immer Menschen gibt, die bereit sind, für das Richtige einzustehen, selbst wenn die Chancen auf Erfolg gering sind. Die Verschwörer des 20. Juli handelten aus einer tiefen moralischen Überzeugung heraus, dass es ihre Pflicht sei, das Unrecht des nationalsozialistischen Regimes zu bekämpfen, auch wenn sie wussten, dass sie damit ihr Leben riskieren. Ihre Geschichte ist ein eindrucksvolles Beispiel für Zivilcourage und moralische Integrität in einer Zeit, in der das Böse allgegenwärtig war. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME B deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.